ja herzlich willkommen zurück zu meinem let's play von pokémon schwarz nintendo des hier auf meinem kanal hannett spiele galaxy es freut mich euch wieder bei diesem projekt begrüßen zu dürfen ja wo waren wir stehen geblieben wir waren vor der arena stehen geblieben weil wir den arena leiter bernie herausfordern wollen bevor wir das machen schauen wir noch mal aktuell meine pokémon an beziehungsweise die ganzen level von meinem pokémon so jetzt haben wir eine bessere sie wir haben ja im vierten part grill mark bekommen und grill mark ist das pokémon von typ feuer und hat eine weiterentwicklung mit einem feuerstein könnt ihr das weiterentwicklung also weiterentwickeln in diesem fall und die weiterentwicklung heißt grill cheater ja ok leute ich würde sagen wir probieren uns am arena leiter benny natürlich haben wir vorher noch einige kämpfe bevor wir den arena leiter machen nehme ich an so ok wie ich sehe kann man hier fast gar nicht sehen ok das ist wieder ein problem moment leute ich schaue dass ich das richte so ein bisschen weiter noch nein das sollte nicht passieren moment ok leute zurück zu unserem video ich habe das nochmal gerichtet so gut es geht es geht leider nicht besser aber wenigstens kann man jetzt mehr sehen wie vorhin hallo ich helfe allen trainern weiter die sich in der arena beweisen wollen mein name ist guido vielen dank dass du in der rei dass du in der arena antritt hier für dich hannes spieler galaxy erhält tafelwasser hannes spieler galaxy verstaut er sieht den tafelwasser in der medizin tasche oh danke sehr nett ok hier haben wir folgende symbole zur auswahl das platt ich denke das steht für typ pflanze die flamme ich denke das steht für typ feuer die tränendrüse in dem fall oder der wassertropfen steht für typ wasser ja mal sehen was wir hier wählen fangen wir mit wasser an oh der durchgang hat sich tatsächlich geöffnet wasser war hier die richtige mal okidoki wie es aussieht haben wir den ersten kampf in der arena von orion city willkommen in der arena von orion city hier wirst du mit der grundlagen des pokémon kampfes verköstigt ok ja ich denke dass man das jetzt so ganz gut sehen kann also ein wenig besser als vor jorkleff wird von servitor guan luca heißt der guan luca jorkleff level 11 was geht denn hier ab mein markus ist erst level 9 oh alter jorkleff level 11 das ist schon ein wenig hoch ich denke ich habe kein einziges pokémon team was level 11 ist also kein einziges pokémon in meinem team wollte ich sagen was level 11 ist ja ich denke das erste was ich mache ist silberblick schnüffler 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 tut mir eh nichts markus wurde nur erkannt ja der silberblick versinkt die verteidigung wieder ja ich denke wir machen ja setzen wir alle hoffnung auf geduld hoffentlich setzt er sinkt mir die verteidigung dass ich schlecht denn je mehr mich angreift desto schneller bin ich ich hoffe dass ich nicht sterbe wenn er mich jetzt angreift ok bis ein volltreffer noch dazu alter schwede das ist unfair oh mein gott marcus ist schon wieder drauf gegangen ja dann versuchen wir es halt mit sohn goku oh mein gott ich kann es nicht glauben das heißt wir müssen schon wieder im anschluss in anschluss ins pokémon center oh man das kann was werden ja sinkt mir wieder die verteidigung so goku hat level 11 also otaro müsste eigentlich schon das jorkleff besiegen ja mit teckel abis abis schmerzt noch mal teckel und dann machen wir aqua knare ja ich denke dass jorkleff ist jetzt besiegt was wie unfair ok ich denke dass teckel einfach schneller wie bis es ja jetzt haben wir ein pokémon das level 11 ist und wir haben eine neue attacke erlernt und das ist nasmacher ja wie es aussieht kann man doch nicht noch alles sehen aber ich kann das leider mit dem handy nicht mehr besser machen aber so ich finde dass es gut ist wenn man den charakter sieht die pokémon sieht sobald so gut alles lesen kann naja alles ist so schön gesagt denn alles kann man leider nicht lesen außer man dreht es in die richtige position so wie ich das immer mache ja schwester joy ich muss dich leider wieder belästigen meine pokémon zu heilen ich weiß dass es schon nervig ist aber der arme markus musste wieder sterben armer markus alter ja ja ich denke beim nächsten drehen nächsten drei arena kampf wäre es besser wenn wir son goko auf die erste stelle stellen und was ich noch machen werde ich werde jeden pokémon wenn ich kann eine bäre geben von chern haben wir ja drei sinnelbären erhalten geben ja ich denke son goko auf jeden fall geben wir noch ja den eugen den eugen werde ich brauchen und ähm ja was machen wir markus oder tina markus oder tina ja geben es mir an den markus alter die tina wird das schon schaffen ich meine die tina hat bis jetzt schon mehr überlebt als unser lieber markus markus musste leider immer wieder ins gras beißen das ist so unfair irgendwie ich denke dass wir jetzt pflanze wählen werden ja die richtige wahl let's go hä was denn jetzt los achso da kommt wieder jemand genieße das komplett äh komplette sorry komplett hätte ich jetzt gesagt ich meine natürlich das komplette menü der arena von orion ich bin der zweite gang ich habe mich versprochen passiert mir leider etwas öfters einfach ignorieren leute ja eine herausforderung von servierin äh dorota ja dorota dorota was ein schöner name los son goku nagellutz level 10 ok der ist ein bisschen schwächer um eins level wie der yorklef ja ich denke dass nasmacher gut wäre aber hier nicht da wir keine feuer pokemon haben denn nasmacher schwächt die feuerattacken ja ich denke wir fangen mit dem ruttenschlag an und ich hoffe dass wir noch dazu kommen oh silberblick 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 ja ich denke dass ich noch einmal ruttenschlag einsetzen werde ich denke dass das das nagellutz mit geduld mal starten wird nein schon wieder mit silberblick oh gott ich habe ein mieses gefühl bei der sache ein sehr mieses gefühl hoffentlich haben wir mit tackle oh nein oh nein oh wow son goku wow ich habe schon gedacht das war es für dich ja machen wir nochmal tackle oh gott er macht geduld alle achtung leute aber ich denke das war es für ihn ja wir haben nagellutz besiegt son goku erhält boah son goku erreicht level 12 jawohl ja ich denke dass ich das pokemon wechseln werde ich lass mal eugen kämpfen damit wir mal sehen was der so drauf hat let's go eugen ja wir haben felio am hals wahrscheinlich die ganze zeit wieder zuschuss ok wir haben folgende attacken zur auswahl es hat kratzer silberblick ein näschern und schlecker ja ich denke wir starten mit schlecker ich weiß dass es nicht sehr effektiv ist weil es von typ unnicht ist aber wir können es dennoch paralysieren schlecker paralysiert übrigens den gegner aber nur wenn es davon 100% getroffen wird und jetzt silberblick ist das mit dem boah son ich mag wirbel aber nicht wenn es ein gegner einsetzt von mir ja gott sei dank haben wir eugen eine Sinnelbeere gegeben, aber das hätte ich eigentlich im Kampf gegen den Arenenleiter einsetzen wollen. Okay, Silberblick funktioniert nicht, probieren wir dann mal Einerschen. Natürlich wenn, je mehr Sandwirbel, desto schwieriger wird es anzugreifen. Oh, Einerschen funktioniert, obwohl ich schon zweimal Minusgenauigkeit. Boah, habt ihr diese Kraft gesehen, Alter. Und ein Volltreff, vergleich das erste Mal. Boah, Eugen ist stark. Den sollten wir nicht unterschätzen, den Duden. Unglaublich, was er mit Einerschen angerichtet hat. Ja, es funktioniert schon wieder. Haben wir noch mal einen Volltreffer, das wäre echt geil, Mann. Ne, schade. Ja, ich denke, dann werde ich mit Einerschen weitermachen. Ja, es geht immer noch. Fantastisch, Alter. Gut, die haben wir auch besiegt. Ja, Eugen ist aber nicht aufgestiegen. Ja, echt schade. Aber wir haben die Trainerin besiegt. Okay, bevor ich zum Arenenleiter gehe, werde ich natürlich meine Pokémon noch heilen. Die Tränke hebe ich mir lieber in Kampf gegen den Arenenleiter auf. Und das Tafelwasser auch. Apropos Tafelwasser, das müsst ihr echt mal probieren. Das Tafelwasser vom MaxiMarkt schmeckt echt gut. Ich weiß, es hat jetzt nichts mit Pokémon zu tun, aber da es hier auch Tafelwasser gibt, habe ich mir gedacht, dass ich das mal erwähne. Ich mag Mineralwasser eigentlich relativ gerne, aber nur wenn es prickelnd ist. Ansonsten könnt ihr mich vergessen damit. Okay, zurück zu Pokémon. Wir haben genug getrunken. So, ähm. So. Jetzt kommt es zum Arenenleiter. Und jetzt müssen wir natürlich Feuer wählen. Denn Feuer ist sehr effektiv gegen Pflanze. und gegen Käfer. Und, ja, sichern wir mal. Ja, natürlich gegen Eis wollte ich noch sagen. Ähm. Ja, ich speichere immer vor den Arenenleiter. So. Gehen wir es an, Leute. Willkommen in der Pokémon Arena von Orion City. Ich bin der feurige Magd, der dir mit seinem Feuer-Pokémon einheizt. Wasser ist mein Element. Ah, das... Er heißt Kolin, nicht Kohl. Okay, sorry. Okay, hi Kolin. Ho. Ja, dich kenn ich schon. Du bist Benni. Und dein Herz schlägt für Pflanzen-Pokémon. Ja, das ist mir bereits bewusst. Also, du fragst dich bestimmt, was der Auftritt zutritt soll. Ja, stimmt schon. Mike, lass mich das erklären. Je nachdem, welches Pokémon unser Gegner am Anfang gewählt hat, entscheiden wir abkennig vom Typ, wer von uns dreien antritt. Kolin, ja, so ist das. Und dein erstes Pokémon war hoffentlich vom Typ Wasser. Damit stehe ich Benni als dein Gegner-Fest für die Gegner. Ja, auf die Pflanze fertig los. Auf die Pflanze fertig los. Okay, bevor ich gegen dich antrete, möchte ich aber, dass Tina anfängt. Diesmal. Okay, dann werden wir wieder. Was ist es diesmal? Ein Pflanzentyp? Ja, tatsächlich. Wir kämpfen gegen Benni, den Arenenleiter von Orion City. Also dann, du musst jetzt mit mir Vorlieb nehmen, aber ich verspreche, dir einen denkwürdigen Kampf. Ähm. Okidoki, Hanne Spielegalaxie Versus Benni, den Arenenleiter von Orion City. Oh, er hat ein Yorklef. Ich hab auch eins. Ein Yorklef Level 12? Holy Crap, was geht denn hier ab? Oh, Gott, Level 12 und meine Tina ist gerade Level 9. Ja, ich denke, das wäre es auf jeden Fall. Ja, greifen wir es mit Biss an. Ja, natürlich, du bin jetzt auch Biss. Ja, wie wäre es mit Tackle? Was zur Hölle ist Kraftschub? Oh mein Gott, ich weiß schon, das ist die Attacke, die den Angriff und den Spezialangriff steigert. Autsch. Boah, aber Tina lebt noch, Gott sei Dank. Ich denke, wir sollten ihr einen Trank geben. Ja, wir haben Gott sei Dank Tränke eingekauft. Boah, Hanne Spielegalaxie setzt an kein. Ja, schon wieder ein Biss. Oh Gott, habt ihr das gesehen? Ich denke, wenn ich jetzt meine ganzen Tränke an ihr verschwende, dann verliere ich noch. Ja, vielleicht treffen wir noch mit Silberblick. Oh nein, nein, Tina. Dafür wirst du bezahlen. Los, Markus. Markus hat immer noch eine Zinnelbeere, also let's go. Ja, ich denke, ich werde mit Markus versuchen, Geduld einzusetzen. Ich hoffe, dass ich ihn treffen werde. Autsch. Halte durch, Markus, bitte. Bitte halte durch, ich flehe dich an. Oh, okay. Komm schon, Markus, du schaffst das. Jawohl, Markus. Yes, yes. Markus hat es geschafft. Gib den Duden ein fettes like, alter. Let's go, Markus. Ich habe gewusst, dass du das schaffst. Nächstes Wegimark, okay. Wegimark ist ein Pokémon von Typ Pflanze. Ja, ich denke, bevor ich Eugen einsetze, setze ich mal Astor ein. Lassen wir für den guten alten Astor wieder mal kämpfen. Natürlich unser, die, ähm, Wegimark Level 14. Willst du mich verarschen? Alter, ich glaube, der will mich verarschen. Ich denke, wir setzen mal Heuler ein, damit wir seinen Angriff sinken. Oh, er macht Kraftjob. Oh Gott. Ihr wisst, was das bedeutet. Angriff und Spezialangriff werden erhöht. Naja, Angriff jetzt nicht mehr, wenn ich ihn mit Heuler sinke. Setzen wir nochmal Heuler ein. Achtung, Astor, er setzt Rankenhieber ein. Ja, ich denke, ich sollte mit Astor ausswitchen und zu Eugen switchen. Danke, Astor, für deine harte Arbeit. Los, Eugen. Oh, Krankenhieb. Ja, keine Sorge, es ist nicht sehr effektiv und ich habe auch seinen Angriff gesunken. Ja, ich denke, wir sollten versuchen, mit Schlecker es zu paralysieren, damit ich schneller anfangen darf. Es ist immer unfair, dass ich immer der Langsamere bin. Oh, wir haben den Volltreffer, aber leider hat die Paralyse nicht funktioniert. Keine Sorge, wir haben ja noch Tränke, falls was schief laufen wird. Oh, Gott. Ich denke, ich sollte ihm schon einen Trank geben. Oder noch nicht? Soll ich noch warten? Warten wir mal, schauen wir uns das mal genauer an. Ja, ich denke, dass wir es so richten sehen, dann sehen wir wenigstens wie viel KB noch Eugen hat. Und Vegimark nicht. Ja, kommt schon, paralysiere es. Oh, Kraftschub. Okay, ich denke, wir sollten das raufgeben, bevor es uns tatsächlich noch besiegt. Denn Vegimark wird immer stärker, je mehr es Kraftschub einsetzt. Ja, setzen wir mal ein Nächster ein.